Die Kirche befindet sich heute im Jahre 2023, darauf möchte ich zurückkommen, in einer der größten Krisen ihrer Geschichte. Nun die Frage, wie lässt sich diese Krise überwinden? Es sei gleich gesagt, nur einer ist der Weg aus der Krise, die Rückkehr zu jenen Werten und Glaubenswahrheiten, die man verlassen oder vernachlässigt oder unrechtmäßig ausgesondert hat. Es geht darum, die Entwicklung der vergangenen 70 Jahre aufzuarbeiten und einer Revision zu unterziehen. Die Kirche bedarf der Erneuerung an Haupt- und Gliedern. Sie bedarf insbesondere der Erneuerung der Hierarchie, der Erneuerung des Episkopats, vordringlich einer Rückbesinnung auf das sakramentale und liturgische Leben.